alle aufs deck feinliches schiff voraus kreuzritter wo kreuzritter alle alle auf position fällt hier übernehmen sie das alle auf positionen seid ihr bereit ja ja jawohl der schweine das ist für mein königreich die dreckigen kreuzritter die sind auch auf der fahrt zu der neuen welt versuchen welche zu fliehen tötet diese dreck schweiler feuer auf unserem schiff feuer auf unserem schiff löscht das feuer löschen 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 zu haben frachter waffen feinde schön auf unser schiff zu ist das nicht passiert ich bin auch schon mehr kenten kenten über bord also leute ihr habt es echt toll gemacht großen dank an den lieben feldherr dass er die männer so positioniert hat und befehlt hat dieses schiff zu zerstören ich danke ihnen majestät und danke auch an alle männer dass sie das feuer gelöscht haben was auf einmal entfacht wurde und ja ja die machte auf jeden fall jetzt haben wir auf jeden fall die kreuzritter ins nirgendwo geschlagen die sind jetzt alle tot aber das war nun frachter heißt also der hauptschiff ist noch unterwegs wir werden trotzdem noch in die neue welt einsegel und dort müssen wir auch auf begegnungen vorbereitet sein habt ihr verstanden dann jetzt alle wieder alle wieder unter deck und schlafen rausch aus was war das für ein anstrengender tag ich gehe wieder auf mast so